Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Dele Blocher. Heute zwei Ereignisse, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Die Bundesratskandidatur der SVP und die Attentate in Paris. Wie haben Sie das erlebt, was hier in Paris passiert ist? Ich habe es relativ spät gehört, einen Tag später, weil ich keine aktuelle Medien habe. Und dann geht man in sich und sagt, ja, halt doch. Denn zum ersten Mal gibt man ja keine Illusionen hin. Das ist ein Krieg. Man muss endlich zugehen. Das ist ein Krieg, der hier geführt wird. Also muss man auch die militärstrategischen Fragen vor sich haben. Ja. Und dass das in Paris passiert ist, wo man nach dem Charlie Lepto, im Januar, in der Tiedungsredaktion, ja. Im Januar, dass das furchtbare Attentate hat, hat doch gesagt, Frankreich jetzt wird geschützt. Wir haben 80'000 Sicherheitskräfte, Armee und Polizei und so weiter, die die geförderten Räumlichkeiten bewachen. Wir überwachen das Umfeld und so weiter. Und diese Mittel haben nicht genügt, um so ein Blutbad zu verhindern. Und wenn ich sage Krieg, was ist eigentlich der Terrorismus? Der Terrorist, das ist eigentlich die Waffe des Machtlosen. Der hat keine Macht, der hat keine Armee, der hat keine Flugzeuge. Also, der muss mit ganz wenigen Mitteln, muss der einen Krieg führen. Er führt einen Krieg. Und der Krieg, was ist das für einen? Gegen wer ist der eigentlich? Wollt er Frankreich erobern? Das will er nicht. Wollt er den Westen erobern? Das will er auch nicht. Aber der hat eine Strategie, eine Kriegstrategie. Die, die im weiteren Osten, und jetzt sind wir eben dort, gegen ihre Interessen handelt, den muss man schwächen. Und wie kann man denn schwächen, wenn man keine Mittel hat? Man muss ein Ereignis schaffen, das so, durch ein kleines Ereignis, so alle lähmt, gegen uns anzutreten, gegen uns der IS. Und da müssen sie spektakuläre, furchtbare Ereignisse schaffen, am kleinen Ort. Und ihre Stärke, die sie haben, ist die, die haben zum Leben eine andere Einstellung. Wenn wir eine Abwehr haben, zum Beispiel, schauen, dass kein Verbrecher kommt, dann kommt der Verbrecher nicht, wenn er Angst hat, er wird verwischt, oder er muss ins Gefängnis, oder er wird angeschossen von der Polizei, und so weiter. Und dann kommt er nicht. Aber das geht nur, wenn ein Verbrecher Angst hat vor dem Tod und vor der Verletzung. Die Terroristen, von diesen Terroristen, die haben keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil, die sind erzogen, dass das für sie eine grosse Ehre ist, zu sterben, sich für ihre Sachen aufzuopfern. Darum haben sich die, die kommen ja mit Sprenghüteln. Sobald die von der Polizei, die jagen sich die Luft, die wissen, wir sterben für das. Und das ist natürlich ganz starke Waffe. Und jetzt muss man schauen, wo, ähm, 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 was ist eigentlich der Hintergrund von dieser Tat? Einerseits ist natürlich immer hinterher Israel. Israel und... Wo aber in diesem Konflikt keine Rolle spielt. Ja, hinterher natürlich schon. Aber jetzt, acht wenn nicht. Und jetzt beim IS, im Besonderen, ist es eine innermuslimische Auseinandersetzung, nämlich zwischen den Schiten und den Sunniten. Das sind zwei, ähm, islamische Richtungen. Im Grunde genommen ist es auch eine Abstammungsfrage. Wer ist eigentlich von dieser Richtung der Nachfolger von Mohammed? immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Die Stammvaterfragen, kennen wir ja den Gegensatz der Juden und den Araber. Die Araber sind die Nachfolger vom unehelichen Kind von Abraham. Abraham haben alle als Stammvater. Aber das sind Nachfolger vom Sohn von Hagar, von der Magd. Abraham hat ja die Magd geschwängert, weil seine Frau kein Kind bekommen hat. Die müssen ja Nachfolger haben. das ist also nicht etwas von ihm gegangen, sondern das ist so vorgesehen gewesen. Wenn man kein Kind von der eigenen Frau bekommt, muss man schauen, dass er voneinander hat. Und dann hat er später seine Frau Sarah im hohen Alter ein Kind bekommen. Das war dann ein seliges. Und dann gab es zwei Richtungen. Also Juden und Araber. Auf das ist das zurückzuführen. Die Araber haben den gleichen Stammvater. Aber es ist immer der Abraham. Und bei den Dingen ist es ähnlich Schitten und Sunnitten. Als ich im Iran war, habe ich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen den Richtigen? Praktisch ist es nur, dass der eine bettet viermal und die andere fünfmal. Also Kleinigkeiten. Aber es ist eben die Frage, wer ist es der Richtige? Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Oder zum Beispiel. Das sind natürlich richtig leidenschaftlich. Und ich habe das erlebt, was ein Terrorist für eine Kampfmethode kann haben, wenn er das Leben nicht schätzt. Im Iran habe ich gesehen, und das ist mir jetzt noch Eindruck, da hängen alle Strassenlampen. Immer junge, grausse Bilder von jungen Bauernsteinerinnen haben wir schon mal behandelt. Das sind alles Gefallene im Heiligen Krieg. Das ist der Iran-Irak. Anfangs 80er Jahre. Und die werden immer noch gefeiert. Und wenn einer sich hier in die Luft jagt, dann wird 100 Jahre noch gefeiert. Und jetzt muss sich die ganze Abwehr auf das eben richten. Und jetzt für die Schweiz, was heisst das? Also, sie haben es schon ausgedruckt auch, aber warum gerade das Frankreich? Das ist Frankreich. Frankreich hat sich natürlich beteiligt, und zwar als einer der ersten, in Syrien. Und das ist eine Auseinandersetzung in Syrien. Assad und Syrien und Amerika und Russland. Jetzt sind wir hier in der Grosswetterlage. und jetzt sagen die, wir führen den Krieg nicht nur dort, wir schwächen die eben auch da. Das haben sie auch in der Al-Qaida in Amerika, mit dem 9.11. Das World Trade Center. Und mit dem müssen wir leben und rechnen. Jetzt haben Sie aber gleich etwas Interessantes gesagt, ganz am Anfang. Sie haben gesagt, also doch. Was bedeutet das? Ja, ich habe gesagt, die 80'000, da wollen sie ja mehr reduzieren in der Schweiz, die haben das nicht verhindern können. Und das ist doch unglaublich, dass man das nicht verhindern kann. Aber kann man es überhaupt verhindern, wenn jetzt irgendwo ein Terrorist irgendwo... Ja, das ist eben die Frage, wie kann man es verhindern? Am besten verhindern, indem man beobachtet und schaut. Also zum ersten Mal keinen Grund gibt, dass sie einem angriffen. Das ist einmal das eine. Nicht in die internationale Auseinandersetzung gehen, das ist der Wert der bewaffelten Neutralität, wo man natürlich alles geschwächt hat, aber das ist ganz wichtig. Zweitens, beobachten. Ich habe in der Schweiz erlebt, ich habe ja mit dem Bundesorgsitzug mit der Al-Qaida, das ist ja eine andere Richtung, aber für uns wieder weniger das gleiche. Auch eine terroristische Organisation vom Islam. Aber weniger radikal, oder? Oder ist das schwierig zu sagen? Ja. Also in den Grausamkeiten hat man das Gefühl, sei es weniger. Man wird da nicht unterscheiden, oder? Also der Angriff auf den Wörter ist natürlich auch eine radikale Geschichte gewesen, oder? Aber, ähm, die müssen ja sich bewegen. Die müssen ja etwas machen. Das kann man ja nicht machen, ohne dass man alles vorbereitet, oder? Und die Aufmerksamkeit zu haben auf solche Bewegungen ist einmal wichtig. In der Schweiz habe ich festgestellt, alle diese Sachen waren eigentlich, weil die Leute das auch noch so gut beobachtet haben. Da läuten die Polizei an. Sie, da steht immer ein Auto. Sie, da haben wir ja noch da den Mossad, also den Nachrichtendienst von den Israeli mal in Bern ohne nie wollten, oder? Da hat man da grosse Geschichte gemacht, dass man die verwünscht hat. Da ist eine Nachbarin gewesen, eine alte Frau, vis-à-vis, die gesagt hat, da war etwas los, was ist da los? Und dann hat die Polizei angerufen. Oder sie sehen, oder grosse Terroristen, die man da verhaftet hat, in der Schweiz, wo wir vor allem so geräumt worden sind, von den Amerikanern, wegen der Terroristenabwehr. Das ist, wo ich in Amerika gewesen bin, als Bundesrat, haben die mich geräumt, die Schweizer, wenn die gut sagen. Da habe ich gesagt, das Verdienst gehört eines Verkehrspolizisten der Stadt Zürich. Der hat einer, der mit Rot durchgefahren ist, ein Lichtsignal aufgegeben, hat seine Papiere sauber kontrolliert und gesagt, da stimmt etwas nicht, der ist illegal in der Schweiz. und hat dann die Polizei angerufen, also nicht davon, er war ja Verkehrspolizist, und die haben ihn genommen und haben ihn ins Ausschaffungsgefängnis auf Kloten getan. Und dann hat man ihn abgehört, die Spanier, die haben gesagt, ihr, der ist für euch, der ist für uns, aber man hat nie gewusst, wo, der hatte natürlich gefälschte Pässe, oder? Das war nicht unter dem Namen. Das war nicht immer. Dann hat man festgestellt und dann hat man ihn packen und nachher auch ausliefern. Das war in allen Ländern von Europa. Niemand hat den einen erwischt. Die Amerikaner haben gesagt, aber ihr Schweizer habt ihn erwischt. Und er wollte natürlich sagen, ich habe alle einen super Nachrichtendienst und aufblasen, wie das ist, wo der Justiz und der Sicherheitsminister geschaut. Und als ich das erzählt habe, der Verdienst des Verkehrspolizisten ist ein ganz befreiendes Lachen, ist da durch die Reihen durchgegangen, weil die hatten natürlich auch lieber, es wäre auch ein Apparat gewesen, oder? Und das ist aber im Kleinen runtergebrochen. Beobachten ist ganz wichtig. Jetzt haben wir ja gestern in der Weltwoche einen interessanten Artikel gehabt, Titelgeschichte von der jetzigen Weltwoche, das in Winterthur relativ viele so easy Sympathisanten hat. Was heisst jetzt das für den Staat, wenn jetzt das stimmt? Also wenn der Staat heisst, jetzt dort beobachten, beobachten, schauen, also da haben wir ja Nachrichtendienst, oder? Ich weiss ja nicht, was die machen, aber die müssen das beobachten, schauen, was läuft da. Beobachten oder verhindern? Zuerst beobachten. Man kann nicht etwas verhindern, wenn man es nicht weiss. Man kann nicht aufgrund einer Zeitung sagen, oder von einem guten, der Pell ist einer der besten. Der Star von den Tulemus, ja. Der beschäftigt sich mit dem, sehr seriös. Er ist auch nicht ein Weltwochenjournalist, er schreibt auch für andere, aber Basercity, glaube auch. Ja, ja. Es ist die Verdienung von der Weltwochen und der Basercity, dass sie den entdeckt haben und die anderen natürlich auch. aber jetzt muss man dem nachgehen. Das sind ja so Mittel, oder? Das ist jetzt einer, der das beobachtet. Schauen, jetzt macht. Ich bin überzeugt, das wird jetzt in Bern aufgenommen. Und dann, wenn es ist, muss man halt eingreifen, muss man halt die festnehmen, aber das braucht einen Grund. Man kann nicht einfach einen festnehmen, weil es in der Zeitung steht, sonst läuft man leer. Jetzt, ähm, es hat ja auch zu tun mit der Moschee. oder? Es ist ja nicht, äh, isoliert. Also, sie treffen sich schon und dann kommt die Probleme mit der Beobachtung in den Moscheen und so. Das ist ja schwierig. Hassprediger, der da das Klima anheizt. Und dann, da kommt man halt nicht darum um, eben dann, die Beobachtungen so zu machen, dass man sie abhören und so weiter. Da braucht es dann eben Instrumente. Da sagt ja der Nachricht, die Instrumente haben zu wenig, einfach zu wenig, ähm, Kompetenzen. Aber wir geben ja auch nicht Kompetenzen, dass einfach jeder hier in der Schweiz abhören kann. Das ist dann wieder die andere Seite. Also, ich bin der Meinung, dass wir ein gutes Netz sind, in der Beobachtung und können eingreifen und mit der bewaffneten Neutralität sind wir ein kleines Mittel. Aber das löst natürlich auch nicht aus. Aber die Schweiz ist auch zu wenig interessant. Ja, Minarettsverbot wäre doch eine Provokation für die Leute, oder? Das meinen wir. Seht man, es hat ja keines gegeben. Weil, das ist für uns aus die Provokation gewesen. Sie haben es auch nicht gerne gehabt, aber sie haben gesagt, ja, aber in der Schweiz ist es so gut, können wir leben. Man hat Moscheen, es ist Religionsfreiheit. Und was mir eben auch eine Stärke ist von der Schweiz, wir haben kein Ghetto. Weil wir haben keinen zentralisierten Ort, wo alle beieinander wohnen. Das ist der Fehler von Frankreich. Ja, auch rund um Paris. Das ist die Zentralisierung. Wenn wir mal schauen, die sind in einem Ghetto. Wenn dort etwas läuft, wer greift dort ein? Eine zentrale Polizeitruppe, ist alles zentral in Frankreich? Die kommen von der Stadt, wildfremde Männer in wildfremde Gebieten, die kennen das Gelände nicht, die kennen die Leute nicht. Darum, wenn immer die, die sagen, ja, der Kantonchen gehst in der Schweiz, dann ist es ganz wichtig, dass das Kantone sind, die die Polizei haben. Die sind am Ort. Der Dorfpolizist, der kennt die Leute. Der kennt die Strassen. Der weiss ja, ob dort drin wohnt. Der weiss, ob etwas Abnormales ist. Und dort hat auch ein anderes Verhältnis zu den Leuten. Hat das jetzt einen Einfluss auf die ganze Flüchtlingswelle, die wir haben, die in Paris passiert ist? Oder sind das zwei unabhängige Ereignisse? Ich weiss nicht, ob es einen Einfluss hat. Aber man muss ja klar sehen, da muss man ja nicht ein Prophet sein. Wenn sie die Grenzen aufmacht und jeder kann nie, unkontrolliert, unregistriert, dann sind aller Sorten Leute. nicht. Und wenn ich jetzt sage, ich mache mich immer in die Gegenkräfte. Was würde ich jetzt machen, wenn ich ein Terrorist wäre? Dann gehe ich doch dort ins Land, wo ich hin kann. Und wenn du weisst, du hast keine Kontrolle, gehe ich dort hin. Und wenn die Kontrolle dort ist, sage ich, da passe ich auf, da kann ich nicht hin. Und das Land gehe ich nicht, die kontrollieren, aber der geht nicht auf Ungarn. Weil dort hat der Orban zugemacht und die anderen, die offiziellen, grenzübergang kontrolliert. Aber das hängt natürlich mit dem zusammen. Jetzt haben wir ja alle, die kommen. Einfach die, die dort hin kommen, illegal sind, das sei Flüchtlinge. Das sind gar keine Flüchtlinge. Das sind Einwanderer. Das ist eine Völkerwanderung. Und ob sie fliehen oder nicht, das ist nicht die Frage. Flüchtlinge sind ja nur die, die an Leib und Leben verfolgt sind. Und das wollen wir ja auch schützen. Aber jetzig ist einfach offen. Und das hängt damit zusammen. Es wäre für die Terroristen einfacher ins Land zu kommen. Jetzt in Frankreich ist es noch schwieriger. Da sind die Franzosen. Ja, aber aufgefasst sind in die zweite Generation und alles. Ja, das muss man sehen. Das ist natürlich die koloniale Vergangenheit. Algerien, Marokko, Tunesien. Das war französisch. Und die hatten sie freigegeben. Da hat es einen Haufen derrige. In Algerien sind alles Franzosen gewesen. Die sind als Franzosen auf Frankreich gekommen, oder? Und dann wird es ganz schwierig. Das sind eigene. Und was einen immer eben wundert, darum die, die immer sagen, da von der Linken, ja, man sollte in der Schweiz die Ausländer einfach einbürgern. Das ist gut für die Integration. Die sind ja zum Teil zweite und dritte Generation. Und der in ihrem Kopf ist nicht bei Frankreich. Es sind keine Franzosen. Sondern der ist im islamischen Staat, im mittleren Osten usw. Und da darf man sich nicht so Illusionen hingeben. Und so sagen, ja, das ist jetzt ein Franzosen. In England ist ja genau dasselbe. Also, man sollte die Sache eben ernst nehmen. Und sehr vorsichtig sein. Die sagen, du hast etwas gegen die Moslemen. Ich habe nichts gegen die Moslemen. Aber die Theoristen kommen eben alle aus. Die kommen jetzt halt alle aus dem Islam. Da kann man nichts machen. Und die haben auch die gemässigten Moslemen. Sie haben auch Angst vor denen. Ich war ja in Äthiopien. Das ist sehr eindrücklich, wie die Christen und die Moslemen miteinander leben zusammen im gleichen Dorf. Wenn sie in die Kirche gehen, sind ja alle sehr religiös. Auch die Christen. Da sieht man fast keinen Unterschied. Die Christen legen auch alle Frauen weisse Tücher an. Über Kopfe und so. Also, äusserlich sieht man gar nichts. Und die haben eine wahnsinnige Angst vor den Islamisten. Dass die diese Sauerei auch dort einträgen. Weil die werfen denen, die Moslems vor, sie sind zu wenig radikal. Aber, und ich, die Multikulti-Verherrlichung, die man hier macht. Also, das ist nichts. Wir wollen ja freiheitlich sein. Wir sind ja wirklich weltoffen, in jeder Beziehung. Aber, Vorsicht! Und kontrollieren, das gehört halt auch dazu. Machen wir noch einen Themawechsel. Der nächste Bundesrat, der die SVP stillt, wenn wir das mal annehmen. Dann wollen Sie ja gerade ins Justizdepartement setzen, wo sich dann mit solchen Fragen auseinandersetzen. Wir wollen es nicht, aber wir sollten es. Also, wenn wir eine andere Flüchtlingspolitik wollen, und die muss eine andere sein, so geht es nicht. Weil das ist keine Asylpolitik, sondern es ist einfach offene Grenzen. Jeder wird verwaltet. Sie beschäftigen sich, mit der Unterkünfte zu suchen. Die müssen schauen, dass die nicht kommen und die, die nicht hier wieder gehen dürfen, dann müssen wir ja bereit sein. Aber wer könnte jetzt das von Ihrer Partei am besten? Ich möchte jetzt nicht darüber reden, dass wir über Kandidaten reden. Es muss einer sein... Aber Sie haben einen Kandidaten? Sie persönlich? Sie wissen jetzt, der wäre jetzt? Nein, ich muss ja nicht wählen. Ich bin nicht im Parlament. Ja, aber Sie sind schon noch wichtig. Meine Meinung ist nicht massgebend. Aber es muss einer sein, der die unangenehme Sache macht. Das ist ja noch schwierig, oder? Ja, und der muss auch andere, die andere Überzeugung haben, im Bundesrat überzeugen. Und sich durchsetzen. Und das ist ein Knochenab. Das ist langweilig. Die meinen alle, wenn der Bundesrat äh, Bundesrat nicht, das ist eine Karriere. Und da habe ich es dann schön da oben. Und so, da bin ich jemand. Das ist ja Knochenab, ein Parquet zu lassen, das zu machen. Jeden Freitag zu kontrollieren, wie viele sind gekommen, wie viele sind ausgeschafft worden von denen, wo haben sie einen Überhang, wo müssen sie machen, wie schnell ist das gegangen, und so weiter. Das ist ja Generalstabsarbeit, sage ich dem. Das hat auch nichts zu tun, in erster Linie, mit einer, mit einer, mit einer, so einer moralischen Gesinnung und so. Ja, mit einer, wenn sie noch nicht mit denen Menschen, aber konsequent. Und jetzt, wer, wenn er das Amt hat, es einmal macht, das weiss man nicht zum Fuß aus. Also wenn die Türen zu gehen, ins Bundesratss Zimmer, sieht das ganz anders aus. Das ist ja die beste Erfahrung. Ja, aber wie ist das jetzt also heute, wir zeichnen eine Sendung vorne aus, wird SVP im Kollegium, also im Parlament, einen Vorschlag bringen, oder? Wie viele sind das ungefähr? Dreier, sagen wir jetzt. Jetzt hat man dreier Vorschlag. Wir nehmen sehr ernst mit dem Tessin, das ist keine liebe Übung. Der Kanton Tessin ist in einer so schwierigen Lage. Jetzt haben wir einen fähigen Kandidaten aus dem Tessin, der Staatssekretärpräsident Gobi. Der ist bei der Lega, das ist ja keine Partei, das ist ja Bewegung. Und die SVP vom Kanton Tessin schlägt vor, denn wir arbeiten ja mit denen eng zusammen. Die Lega-Vertreter sind bei uns auch in der Fraktion. Das waren schon die letzten vier Jahre. Das ist mir auch kein Problem. In diesen Hauptfragen, der Zuwanderung, der Grenzkontrolle, der Terrorismusbekämpfung, des EU-Beitritts usw., da haben wir Deckensgleichheit. Und der Staatsrat hat etwas geleistet. Und den bringen wir sicher, weil er ist ja der einzige Tessiner, ausser die Fraktion sagt, nein, wir wollen einen Vorschlag. Solche Vorschläge hatten wir auch im Vorstand, oder? Einen Vorschlag, einen Zweiervorschlag, wo sind die jetzt auch noch einen Vierenvorschlag? Zwei Deutschschweizer, einen Tessiner und einen Weltscher. Und man hat jetzt halt immer, der Löwra und der Darbele, haben jetzt vor der Wahl immer gesagt, wenn das die grösste Partei ist, soll sie zeigen, dass sie das ist. Dann muss sie aber auch einen Weltscher stellen, französisch sprechend. Jetzt machen wir das. Jetzt haben wir wieder nicht recht. Dann haben sie ja schon zwei, das heisst ja nicht. Die dürfen nicht drei, die können ja auch drei haben. Und dann auch ein Deutschschweizer. Das ist jetzt die Meinung vom Vorstand und das finde ich eine gute Idee. Der Vorstand hat nicht gesagt, wer von denen. Das überlässt eine Fraktion, die stellen sich auch vor, dann haben wir eine Findingskommission. Es hat noch nie eine so sorgfältige Bundesratswahl vorbereitet. Seit einem Jahr macht man das. Und da sind alle Fragen, Leimund, polizeilich, wenn das nicht ganz super läuft, findet man noch eine Leiche im Keller und so, die auch nicht zu stehen, dann steht er zum Gedankengut der Partei. Wir dürfen keinen schicken, die jetzt nicht einmal heute zum Gedankengut stehen. Wir dürfen da auch nicht einen schicken, und man sagt, ich kenne ihn als sehr flott und nett und weiss ich was. Also wir sind da kein Freundschaftsklub, oder? Also wenn ich jetzt das Parlament einen anderen wählen würde, vor allem Wittmer Schlumpf, oder vor vier oder acht Jahren dort beim Hamura, ist ja ein ähnlicher Fall gewesen, dann würde er ausgeschlossen werden, oder? Das gilt, das gilt. Ja, wir haben alle Statuten drin so, ja. Weil, das ist ja Erfahrung, wir haben ja die Frau Wittmer Schlumpf so zwar nicht ausschliessen, wir mussten die ganze Kantonalpartei, weil sie sich rechtlich nicht verhebten hat. Jetzt hat man aber die rechtliche Klausel. Und wir haben ja die Tricks gemerkt von der Gegenseite. Die haben gesagt, wir müssen einen SVP-Ler wählen, der auf dem Rücken SVP steht, aber der das Gegenteil als Partei vertritt. Das gibt es ja in jeder Partei. Das gibt es ja so. Was ist Ihr Einfluss in dieser Findungskommission? Ich war nicht in der Kommission. Ich habe die Namen auch erst gehört, die die Öffentlichkeit ja auch erfahrene hat. Sie spielen da nicht mit, oder? Nein, nein. Ich wächst da nicht in der Findungskommission. Und es hat niemand in die Findungskommission, die in Frage kommt, dass er Bundesrat wird. Und er wird geleitet vom alten Regierungsrat Hasler aus dem Kanton Nagau. Aber im ganzen Prozess? Machen Sie ja auch mit, oder? Nein, ich habe nichts mitgemacht. Aber in der Delegiertenversammlung nichts, oder? Eine Delegiertenversammlung hat noch nichts. Jaja, aber wenn die taget, reden Sie ja auch mit, oder? Ja, natürlich. Ich bin ja Vizepräsident von dieser Partei. Wenn die muss taget, aber da wird nichts mehr taget. Jetzt ist es Sache der Fraktion. Da bin ich dabei, mit mir ordentlich Stimmen. Da gehe ich an die Sitzung. Und wenn ich das Gefühl lasse, es läuft etwas schief, dann sage ich es, was ich denke. Aber wie das läuft, weiss ich auch nicht. Also sind wir gespannt. Wir wissen es auf jeden Fall, nächste Woche können wir weiter diskutieren. Das war die Stele Blocher. Es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche. Bis dann und ein schönes Wochenende.